das büro des bürgermeisters um viertel nach sechs okay hey i was hoping you'd catch up to me yeah i hadn't had a chance to thank you for tipping me off about the gcpd i didn't expect it so i really saved my ass if it wasn't for you the cops would have gotten the drop on me for sure you should have expected i would i've helped you before and it surprises me every time now i need you to help me the laptop i need you to hand it over you proved your point quite the coincidence that we find ourselves here again what do you mean again we're on top of the mayor's old office oh ja das stimmt aus der ersten aus der ersten stapel so much has happened since then yeah it does that's the night i saved your life first time i saw you we had something then same as we do now a given a take cool you didn't think it'd be that easy did you natürlich nicht aua oh komm schon okay hubschrauber landeplans oder belüftung ja komm weder noch anscheinend okay okay ja let's go hat doch geklappt oder na klar hat er den laptop hingemacht ich bringe das wild side of yours der one you like to keep stuff down in that suit mhm die side of you that's just aching to break free sie weiß was ich will crazy but isn't that what you like about me we both like to live on the edge it's where we find each other maybe it is maybe you're just my kind of crazy and maybe you're mine oh hallo okay good night tschüss oh oh was so make sure why'd you do it run off at riddler's like that i wanted to get payback for riddler on my own terms for what they did to him for what he did to you and just what are you offering me in return you're a man of many resources make me an offer i can't refuse eine beziehung nein i could just take it from you and i could tell harley batman's right under her nose people can do a lot of things this is only going to last as long as it was fun i suppose thank you and it's not fun anymore selena goodbye bruce good luck not being swallowed by your obsession like riddler ich glaube nicht dass sie eine beziehung mit uns gestartet hätte oder hat man wird das nicht vergessen egal es geht um die große sache catwoman schön und gut aber ich glaube nicht dass sie irgendeine beziehung mit uns starten möchte wayne manor um acht uhr okay you have the laptop and the glasses we need to get past the encryption yeah sure you're not keeping miss kyle at arms length because of well because of any lingering feelings from last year even so i just wonder perhaps she might not be the worst thing for you for me not be the most savory individual she certainly is capable and right now capable is what we need i can't help but think that we could use her help you're right okay i'll do what i can't amend fences well glad to hear it okay just as soon as we deal with the problem at hand wir sollten herausfinden was auf diesem laptop ist und genau das tun wir jetzt auch decryptor detected accessing zaintos project plotus files retinal scan required let's try this again access granted sehr schön it appears it will take a moment to scan for viruses and other safeguards if you have a second i have something to show you Alfred was denn was möchte er uns zeigen ok bad computer sprich mit Alfred in einem in deinem waffenlager das ist auf der anderen seite des äh der höhle ne haben wir hier irgendwas neues cd abspielen ja muss jetzt nicht sein nicht unbedingt das haben wir alles schon gelesen äh riddlers stock ein dunkler geist aus gothams vergangenheit der zurückgekehrt ist um das herz der stadt einmal mehr mit angst zu erfüllen ich konnte ihn aufhalten aber nur durch große persönliche opfer leider wurde er von einem unbekannten mit einem gift aus einer mischung von psychiatrischen arzneimitteln ermordet gerade als er verhaftet werden sollte ok alles andere haben wir uns schon angeschaut dann würde ich sagen machen wir uns auf den weg zu unserem waffenlager das hier irgendwo ist hier links glaube ich ne ja schauen wir uns mal an was Alfred so für uns hat auch hier haben wir uns schon alles angesehen was wohin mit dir man das gibt's doch nicht ok pass auf ich drücke auf ihn lieber das ist einfacher Alfred wir reden direkt mit ihm das ist schlau ich wusste gar nicht dass er sowas kann ist gerne abgeschlossen sehr schön ich wusste gar nicht dass Alfred sowas kann kehre zum Badcomputer zurück um dir die Inhalte auf dem Laptop anzuschauen unbedingt ich will sehen was auf diesem Laptop ist wir haben uns hier schon zu genüge umgesehen ich würde gerne einfach wissen was hier abgeht was der große Plan war was die vorhaben Badcomputer Schau an all diese Daten Aufzeichnungen haben wir hier ein Video haben wir hier noch ein Video ok wir gucken uns mal das Video hier an Patient 843 10 Milligramm Injektion mit 0.01% Solution Patient 844 10 Milligramm Injektion mit 0.015% Solution Was im Inka Ist das eine medische Facilite oder eine Prisone wir müssen finden was sie diesen Test Subjekten geben ok ok Ist das das Zeug was sich Bane gespritzt hat damit er stärker wird ist es dasselbe Zeug wir gucken uns das Video mal an ok das scheint nicht das Zeug zu sein uuuuuh oh Gott das gefällt mir aber gar nicht dann schauen wir uns mal die Aufzeichnung an diese Idioten glauben doch wirklich dass sie sicher sind wenn sie glauben dass ich jemals vergessen würde was sie getan haben dann sind sie noch dümmer als ich dachte wenn sie glauben dass ich ihnen vergeben würde ich bin ihnen auf den Fersen ich weiß wer ihr Zulieferer ist und das heißt ich weiß wohin ihr kleiner Betrieb umgezogen ist sie sind in Gotham versteckt aber vor alle Augen nun nicht mehr lange eh eh wer ist eh Riddler muss sich über die Location der schwarzen Seite sprechen seine Obsession mit Daten hat uns einen unglaublich sehr starken Papertrail schau mann fest Bodhi Spa wunderschönes Ort für eine Verkaufung von Virusinkubatorern das muss sein was Riddler bedeutet durch schlafen schlafen eine biologische Wege das ist was Harley will oh Gott ok das ist krank Agenz mein Gott Bruce wir können nicht das Virus in die Hand von diesen Maniacern das stimmt wohl ich werde das jetzt stoppen wie Lucius ist weg Gordon hat uns nicht vertraut und Selina well du hast sicher dass sie nicht zu kommen bei dir du du wirst wirst du wirst wie wirst du wirst du wirst du wirst du wirst wirst Dann rufe ich sie mal an. Ich weiß nicht, ob ich ihr trauen kann. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich ihr trauen kann, ehrlich gesagt. Diese Walla, die macht mir Sorgen. Große, große Sorgen. Die Brutstätte des Bösen. Okay, diese Walla, ich weiß nicht, von der Agency. Stecken die da mit drin? Oder sie? Steckt sie da mit drin? Wayne Tower, 9.45 Uhr. Tiffany, was machst du hier? Hi. Okay. Was denn? Oh mein Gott. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich schweige einfach. Am besten. Don't hurt him. Thanks for the call, Miss Fox. You've done a good thing today. You lied to me. You need to stand back, or we're gonna have a problem. Oh mein Gott, Scott. Bruce, I'm so sorry. Ja, jetzt plötzlich. I didn't expect them to be so... ...violent. I just wanted them to get you away from those nutjobs. This is my fault. We will talk about this later. What in the... Director Waller? Uncuff Mr. Wayne right now, or you'll spend the rest of your life as a meter maid. Oh. Okay. Na dann los. Mr. Wayne is under agency protection, and you know it. What? You've known it for some time. Waller and the agency, they're not always gonna be around to save you, Wayne. One day, you're gonna run out of favors to call in. And when you do, there'll be hell to pay. I'm not a criminal, Gordon. Officers, please. He's involved. He belongs in a cell. This is neither your concern or your purview. Go home, Gordon. You're done here. The hell I will. If I were you, I'd be very careful with my next words. And if I were you, I'd stop interfering with GCPD-Business. This is my city. Not anymore. You're so far out of line, you can't see the truth. You're dismissed. Ergärmparadies. Excuse me? You tested me. This is what happens. Dammit, Waller. You can't do this. It's well within my power and you know it. Waller. I said... Don't do this. Nein, 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 nein. Waller, Gordon is a good cop. He's a good man. Don't do this. Not from you. It's the last straw. I won't allow anyone to question my authority. This is strictly professional. Oh, sure. Oh. Time to go, Jim. Das wollte ich jetzt nicht, aber er hat's halt auch übertrieben. Mann. Oh Gott. Es artet immer mehr aus, hab ich das Gefühl. Wir werden sicher, dass Gordon weggehe. Und direkt außen. Wenn du bereit bist. Immerhin kann sie wieder hören, mit dem Hörgerät. Hoffe ich. Denke ich. Ich entschuldige für alles. Äh... Verschwinde aus meinem Büro. Nein. Jetzt können wir endlich. Ich entschuldige, komm was aus. Ich bin ein operativerer Unterkauf. Was ich mache, ist gefährlich. Danke für mich zu erzählen. Sehr gerne. Ich sehe jetzt, aber das ist warum er dead ist. Er war involviert in dem, was du machst. Das Arbeit, das du machst, ist unglaublich gefährlich. Aber es ist etwas, was ich nicht verstehe. Warum du? Ich meine, keine Offenheit, aber du bist... Bruce. Let's go. Ich bin Batman. Du bist Batman. The Batman. Come on, ich habe etwas zu zeigen. Hey Bruce, ich wollte dir ein preview von deinem Batsuit. Ich weiß, du und Alfred sind noch auf deinem gut geschehen Retreat. Aber ich konnte mich nicht helfen. Dad. Ich werde die Specken auf deinen privaten Server. Okay. Ich hoffe, dass ihr euch euch interessiert. Ich sehe dich bald. Oh, war das jetzt die richtige Entscheidung? War das jetzt die richtige Entscheidung? Dein Vater war ein Held? Oh, yes. Ich könnte, ja, aber nicht. He could use a little help. Absolut. Okay. Ich muss... ...digest. Sorry für alles vorhin. Aber... ... danke für mich, dass ich mit mir信. Oh mein Gott. 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 Okay. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. 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 Das könnte ich dich auch fragen. Bis auf das Millionär. Das könnte ich dich auch fragen. Bis auf das Millionär. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Ich kann dich auch fragen. Ich kann dich auch fragen. Oh, ich bin nicht schulken. Ich habe einen sehr geliebten Grund. Ach ja? Mein Bane, hast du mich spielst? Spielst? Nein. Ich habe nur ein Augenblick auf dich gehalten. Das ist ja so. Ich habe gehört, dass der GCPD einen Bezug auf Ihren Aufstieg. Also habe ich mich überrascht, um zu sehen, ob du ein Hilfe brauchst. Das ist ja so. Natürlich. Was ist ja so, dass du dich auf den Gesichtern, als du dich aufstiegst? Also, das ist ja so. Ja, ich habe einen Gefühl, dass du mich auf etwas interessiert hast. Projekt Lotus. Schlaues Kerlchen ist er Bane. Was soll ich es ihm sagen? Es ist ein Schlaues Kerlchen, die Riddler wollte es schlafen. Also, das ist das, die Harley versucht zu behalten. Sie wusste nicht. Es ist verrückt, dass du hier, nach einer Runde mit GCPD, in einem Alleyway, mit den anderen Rats, findest du in dieser duplicitous Position, während wir ein Problem haben. Ich weiß nicht, wovon du redest, Kollege. Oh mein Gott! War doch nicht so gut, ihm das zu sagen, oder? Scheiße, Mann. Wo sind wir? Im Hauptquartier. Old Five Points, 18.30 Uhr. Harley! Halt deinen Horten! Oh, ich befreie mich, was du überraschst, Wayne. Du hast die richtige Sache gemacht, erzählst mir über die schwarze Seite. Aber es gibt immer noch etwas über dich, das mir eine Pause gibt. Es gibt etwas, das ein Schlauch auf deinem Herz. Weil du wüsstest, Kollege. Harley wollte die Hunt für den Mol. Das wird ihre Chance sein. Also, bleib dich mit deinen Worten in da. Sie könnten deine letzte. Das wollen wir noch mal sehen. Hey, Harley. Was ist das jetzt, Bane? Was ist das Make-up? Der Rat hat sich beobachtet. Wayne, was right under your nose. Attract Wayne to the location of the Black Site. And if he hadn't... I sent Wayne to scout it. So lower your damn voice. It was the final piece of the puzzle, and now we got it. Go get your boys ready. We move on the site ASAP. And don't worry, you pretty little head about our rat problem. I got it covered. Mhm. And Bane, tell Freeze to get one of them Popsicle makers ready. Was? Ähm. You're not going anywhere. You're in here. With me. Hilfe. He... Hilfe. Ja, zwingt mich doch. Oh. Ich will gar nicht da rein, man. Was hat die vor? Boah. Äh. War das Puppen? Ich hoffe, das waren Puppen. Thanks for backing me up. Don't mention it. Can't have him stepping on my turf, you know. I said I'd find the rats. And I will. Your father. He was a hard man, right? Someone lied to him. Betrayed him. He ended them. Think he was onto something with that idea? Show no mercy? Take no apologies? That sort of thing? Eh, es gibt andere Dinge. Es gibt andere Dinge. There's always another way. Killing someone isn't an answer. The son of Thomas Wayne shies away from spilling blood. Eh, English? You are who I think you are, Bruce. Who do you think I am? Ja, ich bin Batman. Ich mag Spaziergänge. Nein, nein, nein. Habe ich alles im Sinn? Oh, sie lackiert sich wieder. Und sie macht das Make-up ohne irgendwelche Hilfe. Du hast eine hübsche Stimme. Nein, nein, nein. Er hat dir viel bedeutet, oder? Ja. Oh, you do. Uh-huh. Tiffany. Oh, nein. Du weißt, du weißt, in den 20 Jahren, frisch-faced und optimistisch. Uh-huh, uh-huh. Was mache ich? Ich sage mal nichts. Okay. Okay. Ja, Schocka. Wir haben eine Turncoat. Ich habe nur alle in diesem Ort interviewt, außer vielleicht einer. Oder zwei. Das bleibt nur die zwei Leute, die ich noch nicht erklärt habe. Du und Katwoman. Vielleicht war es der Typ, der Bain auf die Hamburger Face gegeben hat. Aber das Wichtigste ist. Der Laptop hat nach dem, nachdem... Ja, wir sind beide loyal. Ja. Ein Versuch wert. Und er steht schon vor der Tür. Ja. 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 Okay. Okay. Harley, äh, do you mind? Can't learn a ride with training wheels on forever, you know? I'll be right outside. Gut. Okay. Was... Was passiert jetzt hier? Woah. Sorry. I have to make it sound good. Ja, das war mir schon klar. Okay. Ähm. Weiter so. Was zur Hölle? Ja, weiter so. Komm, mach weiter. What? Hit me again. Take that! You're hitting him already. Don't let it play. I never wanted it to come to this. But we both know what has to be done. Ja, was denn? Catwoman has to take the fall. Think about it, Bruce. Harley's gonna kill that Tiffany girl if it's you. And who knows if she'll stop there. There is no scenario where we are letting that happen. I knew that'd be your knee-jerk reaction, but this is the only way out. The only way that keeps you alive. Did you even stick up for me? I tried, Bruce. I really did. I said it loud and clear. Internally. You know, Harley. She's not a mind reader. I'm sorry. I'm not as strong as you. Yeah, offensichtlich. I'll get through this, Bruce, but I don't see a lot of options that end too great for you. It's either you or her. What do you want to do, Bruce? She knows. She knows. It was one of you two. She knows. I got it. Yes, it was Catwoman. I went to the safe, but it was already gone. Okay. And you were right there talking to Harley, so I know you care about her, but yeah. Oh, no. Oh, no. Okay, perfect. Schön. Oh, no. Go ahead, Bruce. Tell her what you told me. Come on. Go ahead, Bruce. It's okay. Just like we talked about. Please. It was me, Harley. I took it. Oh, ho, 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 ho. You were just starting to get under my skin. Too bad. I guess they do have to hurt Tiffany after all. What? And you. Of course. No, no, no. Tiffany nicht. I knew you had it in you, John. We are going to do terrible things together. Like, send this one to the great icebox in the sky. Oh, mein Gott. Shit. Habe ich das Richtige getan? Ich hätte jetzt einfach auf Catwoman schieben können, aber das will ich nicht. Die Arme. Ich will nicht, dass hier was passiert, aber jetzt könnte Tiffany natürlich was passieren. Oh, sie haben Catwoman schon. Okay. Wow. You can let the cats out of the bag. Bruce. Bruce. Is in deep trouble. Harley, be reasonable. Why would I start now? I can help. You need me. Yeah. Once you're an ice cube, I can use you to keep the vodka cold. Wait. Harley, as great as this is as a punishment. Not Bruce. Not Bruce. You can't. He's... He's my best friend. Aww. 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 Aww, Puddin. That's sweet. So... Maybe we can let him go. Live, at least. Nah. Nah. Be sure to send Tiffany a postcard from Antarctica. Oh nein. Okay. Those ... Anybody need another one? Yeah. Shit. 70% der Spieler haben Harley das Gefühl, hintergangen worden zu sein. Sie war nicht überzeugt von deiner Aussage, nicht der Maulwurf zu sein. Sie war unbeeindruckt von deiner Haltung gegenüber Verrätern. Und sie fühlte sich hintergangen, als du gestanden hast, die ganze Zeit der Maulwurf gewesen zu sein. Du und 70% der Spieler ließen Waller wütend zurück. Waller. Sie fühlte sich erlöst, als du ihre Entschuldigung für den Konvoi annahmst. Sie fühlte sich überlegen, als du dagegen argumentiertest, die Bösewichte als entbehrliches Wehrzeug für das Gute zu benutzen. In ihren Augen bremst deine Moral dich aus, natürlich. Sie ist wütend darüber, dass du deine Tarnung aufgegeben hast. Das haben wir noch gar nicht mitbekommen. Woher will sie das denn wissen? Nun, 70% der Spieler haben John das Gefühl, schuldig zu sein. Er nahm sich deinen Rat zu Herzen, ehrlich zu sein. Er glaubt, er habe seinen Helden enttäuscht, als er den Laptop nicht bekommen konnte. Er fühlt sich schuldig, weil du dich geopfert hast, um deine Freunde zu beschützen. Ich hoffe, Joker holt uns da raus irgendwie. Knapp 52% der Spieler ließen Selina entsetzt zurück. Was? Sie war dankbar, dass du sie gewarnt und ihr geholfen hast, dem GCPD zu entkommen. Sie fühlte sich mit Füßen getreten, als du beschlossen hast, sie nicht mehr auf dem Laufenden zu halten. Wann war das denn? Selina war entsetzt, als sie sah, was mit dir passierte, als du dich gestellt hast, um sie zu beschützen. Sie will nicht, dass du stirbst. Das will ich auch nicht. Knapp 90% der Spieler gaben Tiffany das Gefühl, mit Batman verbündet zu sein. Sie fühlte sich verstanden, als du dir die Zeit nahmst, sie sich entschuldigen und ihre Taten rechtfertigen zu lassen. Sie ist außer sich vor Freude, mit Batman verbündet zu sein. Ich hoffe, ihr passiert nichts. Ich hoffe sehr, es passiert ihr nichts. 90% ließen Gordon reumütig zurück. Er war verärgert, als Catwoman ihm und dem GCPD entkam. Erleichtert. Als du dich der Festnahme nicht widersetzt hast. Warum auch? Wegen deiner Worte, nachdem Waller eine feuerte. Nachdem Waller ihn feuerte, fühlte er sich ein wenig reumütig, weil er dich festnehmen wollte. Das hoffe ich doch sehr. Schäm dich mal. Hast du Catwoman davor gewarnt, dass das GCPD hinter ihr her war? Ja, 60% haben das gemacht. Finde ich okay. Finde ich okay. Und so konnte sie den Laptop vor John stehlen. Ach so. Was deswegen? Welchen Dating-Ratschlag hat John im Café gegeben, um ihm dabei zu helfen? Harleys Aufmerksamkeit zu erlangen? Wir haben zusammen mit 64% gesagt, er soll er selbst sein. Ich finde es ganz sympathisch, so wie er ist. Er muss sich nicht verstellen. Aber irgendwann dreht er wahrscheinlich durch. Habe ich das Gefühl. Hast du Tiffany erzählt, dass du Batman bist? Über 80% haben das auch gemacht. Finde ich okay. Finde ich vollkommen okay. Hast du dich selbst als Maulwurf preisgegeben oder hast du Catwoman beschuldigt? Über 80% haben sich selber geopfert. Und 17%, weißt du? 17% sind einfach Arschlöcher. Muss ich einfach so sagen. Okay, krass. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, was passiert. Wir sind jetzt in Episode 4 angekommen. In Episode 4 sind wir, ne? Ja. Das war wieder ein sehr spektakuläres Ende. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir gesagt hätten, es ist Catwoman. Was wäre dann passiert? Wahrscheinlich hätten sie dann Catwoman in diese Kammer gestellt und wir würden jetzt draußen hocken. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich kann es kaum erwarten. Ich muss einfach weiterspielen. Es geht nicht anders. Wir spielen direkt weiter.